tach leute und herzlich willkommen wieder zurück zu doom eternal the ancient gods part 2 ja wir sind das letzte mal in dieser arena hier angekommen und haben uns schon ein bisschen das bewegungsmuster angeguckt was man hier durchführen kann und ich denke wir sind gut gewappnet um jetzt hier mal rein zu lagen eskalationsbegegnung eskalationsbegegnung ist begegnung mit zwei wellen deren schwierigkeitsgrad sich steigert nur die zweite welle ist optional schließt du die erste welle ab erhältst du eine verbesserung für den wächter hammer schließt du die zweite welle ab erhältst du eine kosmetische belohnung geil endlich mascara so ich möchte natürlich beide wellen klar ja die grünen sind die allerübelsten aus sicherer entfernung auf dem deckel geben ganz klar ja nein ja er ial so der hat gesessen so am liebsten würde ich mal einen Segen aber wo kommt keiner da haben sie Schiss hopp ja Double Punch Tag ich hasse dich weil du so scheiße aussiehst komm her warte mal yes out of the blink into the stink hopp der haut ab der haut ab der hat Schiss ich will den Gloria immer noch nicht benutzen denn wenn das wirklich zwei Phasen sind habe ich das ungute Gefühl der fällt einfach hin sehr gut so und schnelle Barre Vicks weg so wie viel Schuss zwei haben wir noch hopp 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 hier noch ein Schuss so ein bisschen Muni reinholen mit Bande spielen hättest du gern häng irgendwo häng irgendwo fest dead of häng yes maul so so wenn jetzt ganz viele kommen sowas hier dann nutzen wir es mal wow ein Schwein hab ich nicht hab ich nicht hab es einfach nicht hab es nicht boah hei da fliegt mir doch meine Güte okay jetzt wird hier mal ordentlich abgebratzt zack einfach mal einen Seitenwechsel das ist so scheiße dass ich in der Luft kein Dings hab und ich weiß nicht wieso ich kann es mir warum hab ich da kein Shift mehr ich raffe es nicht ich hab den nicht benutzt so warum zur Hölle kann ich hier jetzt geht's manchmal ist das nicht erklärbar so danke so ne Schwein das war gut hei da kommt der Nächste hab ich jetzt einen Glory Hammer ich weiß wieder nicht wo ich das sehe so da kommt ein Schwein so Glory einen hab ich das heißt das werde ich für das Schwein benutzen geht das hier Himmel ein Schuss ein Schuss ein Schuss ho sehr geil he he meine Fress hat der gesessen oh yes okay geh mal da rüber find ich auch gut warum nicht ich bin da durchaus flexibel meine Güte auch einfach mal das zu nehmen was das Spiel mir so vorschlägt so der haut ab da ist er wieder so irgendwo schreit schon wieder wer dieses Rumgegröle das ist wie bei den Nachbarn da hilft nur eins polizeilich anzeige oder aufs Maul da haut der sich wieder dazwischen das ist doch nicht das ist doch nicht das muss doch nicht sein so gehen wir mal zurück mein darüber will ich okay Gegner wer hätte das gedacht hehehe yes tada eskalationsstufe nummer 1 glory ever haben wir geboostet können wir nicht freischalten wenn wir das jetzt machen alles klar begegnung 2 komm her auf jeden fall rein damit das war ja noch gar nichts holla so natürlich kommen jetzt auch die beschissensten Gegner von allen nimm doch jetzt mal das andere ding so weg und let's fucking go yes und weg keine Muni warte da hab ich ne Idee und wieder weg glory hammer brauche ich gar nicht bis jetzt so einmal ganz kurz überlegen ganz ganz kurz das machen wir wo ist er nimm mal was bei ihn so okay ist mal geil den will ich nice yeah und weg das schaffe ich nicht sehr gut dem Rande mitgegeben super starker Arschtritt alter so wo ist er holen ran den Jungen warte den will ich der braucht es jajajajajajaj schaffe ich mich jetzt wird es Zeit zu sterben Kollege danke und abhauen einfach mal hier oben lang kein Lust wo ich bin oh shit das ist ein großer statt zu kleiner ha 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 yes oh so schnelle mache weg hier die allerschlimmsten ey die allerschlimmsten ich hasse die ich hasse sie so ich habe kein Dunst ich weiß mal nicht wie viel die aushalten manchmal schieße drauf da kannst du den ich wollte den halt jetzt glory killen ja da kannst du mir zehnmal hier erzählen dass ich da die Waffen abschießen kann das bringt mir einfach nichts ich finde die so scheiße mit ihren 15 Millionen Rüstung Mann die Waffe die sind echt so nervig nein nicht getroffen ich habe ja jetzt mit jahren mal sowas gemacht Das war jetzt nicht das Sinnvollste gewesen. Vielleicht sollte ich den Gloryhammer mal ausprobieren bei dem. So, jetzt brauche ich Ruhe, Geflissenheit und Feuerkraft. Sehr gut. Die gehen ja eigentlich, ne? Hier, die haben Angst vor mir. Das finde ich gut. Was ist er denn? Da, da haben wir noch. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich losgehen, ne? Da haben wir sie. Weg, weg, weg. Allerschlimmsten Gegner auf Welt. Gloryhammer, Gloryhammer. Ich kriege halt trotzdem Schaden von diesen Säcken, ne? Das ist ja das Ding, was mich so nervt. Jetzt habe ich eine relativ gute Ausgangsposition. So, weg. Boah, nee, die Waffe, die bringt mir gerade gar nichts. Boah, jetzt ist die alle, Alter. Das ist immer dieser Staubsauger. Immer dieses... Denkst du aber, jetzt geht's los. Jetzt muss es losgehen. Dieser Staubsauger, Alter, bringt einem gar nichts. Hehehe. Warum ist... Das sind wirklich alle, ey. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ich brauche unbedingt einen zum Segen. So, okay. Das war sinnlos, ich weiß. Festhalten. So, jetzt muss der Dicke mal ran. Ist der tot? Oh! Fucker! So, jetzt. Logisch rangehen. Wir haben eine BFG. Es liegt eigentlich alles uns zu Füßen. Wo ist er hin? Jetzt mal ehrlich, wo ist er hin? Da ist er hin. Sehr geil. Keine Auswirkung gehabt, meine Feuerattacke. Oh, weg hier. So, ich brauche Energie. Das war der Spawn gleich Gegner, ne? Okay, er macht nur dasselbe. Boah, zu viel Ausgehalte von euch. Auch die Waffe. Habt keine da. Okay. Was war das? Oh, ich bin runtergefallen. Ich trottel. So, wo ist denn der andere? Wo ist denn der Dicke? Bevor der hier wirklich die ganz dicken Gegner spawnen lässt. Jetzt ist er wieder weg. Da unten ist er. So, was kommt jetzt? Alles klar, der hier. Jawohl, zwei. Geht ja nicht anders, ne? Glory Hammer haben wir. Das haben wir. Und den haben wir auch noch. Okay. Kein... Hä? Warum habe ich nicht den Mega-Arsch-Tritt? Weg mit dir, Alter. Du stinkst nach Hüttenkäse. Okay. Wir brauchen... Action. Und mehr Gegner. Natürlich. So, das war jetzt gut. Hä? Ich will den Dicken da. Keine Ahnung, wo er ist. Da oben ist er. So. Komm mal her. Jetzt ist er wieder weg. Das ist doch nicht zum... Warum habe ich ständig nicht diese Power-Faust? Wie kriege ich denn den Scheiß? Das gibt es wohl nicht. Also, jetzt gib mir endlich den Scheiß hier. Hab mir verdient. Meine Fresse. Immer diese Ausreden. Geht grad nicht. Sie haben einen... Sprung zu viel gemacht. Deswegen kriegen sie keine Faust. Meine Fresse. Jetzt reicht's mir aber auch. Okay. Ich weiß nicht, warum der nicht gestagert wird durch meinen Käse. Ja, ich verstehe, dass ich gerade sehr viel Energie verloren hab. Aber eigentlich ist immer Staggern angesagt. Ui, Karamba. Bleib irgendwo hängen. Ja, vielleicht benutzt der halt auch immer den Glory Hammer. Hab ich jetzt den anderen, den V... Den V-Schlag hab ich auch noch. Da schießt schon wieder irgendein Kleiner auf mich hier. Weg da. So, jetzt hat er doch sein Flugschild mal langsam verloren, oder? So, wo ist er? Komm jetzt. Keine Ausreden mehr. Stell dich da im Ende. Ich weiß nicht, wo der Flugmann ist. Da ist er. Jetzt hab ich den Glory, oder? Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, 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 ja. Hopp. Abgedockt. Okay. Na los, kommt was. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Gib mir mehr. Das war's immer noch nicht. Erstmal einen schönen Tee. Yes. Welten Speer Slayer. Rechts oder links? Das heißt... Links. Okay. Hammer gekriegt. Schließe beide Eskalationsbegegnungen mit dem Welten Speer ab. Haha. Also das mir... Jetzt hab ich die Faust zweimal. Krieg ich die jetzt einfach so? Oder ich versteh's manchmal nicht. Ich sag, die lädt sich auf, wenn ich hier Gegner kille. Ich glaub, ich benutze die dann einfach, weil ich denke, ich mach jetzt einen Glory Kill. Und dummerweise... Äh... Mit der Plasma-Kanone... Kommen halt noch drei Plasma-Dinger hinterher, zerfetzen den Gegner. Und dann hau ich den Glory Kill in die Luft oder beziehungsweise hau irgendeinen kleinen Gegner damit platt. Was dann halt ziemlich ungünstig ist. So. Aber wir haben's geschafft. Auch wenn ich zwei BFGs benutzt hab. Hätte man vielleicht auch so schaffen können, ne? Hätte, hätte. Es war vorhersehbar, dass wir das hätten machen müssen. So. Verlieren wir jetzt echt alle Energie? Oh, zu gut. So, nächste Arena. Nächste Arena. Wird hier ruhig durchgeballert. Wächterhammer. Mit dem Wächterhammer kannst du den Marauder und den Marauder länger verwunden. Und der Wächterhammer zerstört dazu den blauen Energie-Schild. Welcher blaue Energie-Schild? Der. Okay, cool. Stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Blauer Energie-Schild ist nicht. Also, ich hab das Gefühl, der blaue Energie-Schild war trotzdem noch da. Aber okay. So. Das war zum Warmen machen. Jetzt wird's brenzen. Denn jetzt kommt der allerschlimmste Gegner. Wo ist er? Oh, Gotti. Genau das. Was ist hier los? Nummer eins. So. Alter. Das sind wirklich die allerbösesten von allem. Das sind die aller, 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 ah, ah. Ah, ist das eine Genugtuung. So, brauche ich denn diesen Punnepel? Hier, den brauche ich sogar, ne? Aber warum wurde mir gerade erzählt, wie ich den Marauder-Blatt mache? Ich weiß nicht mal nicht, oder den Barion oder wie auch immer der heißt. So. Okay. Iiiiiiii. Ach. Das ist deaktiviert worden. Das ist ja gemein. Ah, in die Richtung muss ich dann glotzen. Da gibt's Sinn. So, los, komm. Hol mir den beschissensten Gegner ran. Ich bin bereit zu sterben. Schwachpunkt. Ich bin auf dem Kopf. Kennen wir doch. Ja. Da, jetzt habe ich nämlich wieder den Powerschlag benutzt. Und so verbrate ich die dann eben, ne? Na ja, ich verstehe ja, warum. Aber ich will es nicht akzeptieren. Ich werde es protestieren. Okay. Das war cool. Kurzes, kleines Intro. Den Gegner kennt man natürlich schon aus dem ersten DLC. Aber warum zur Hölle? Warum wurde mir der andere da noch so angepriesen? Der jetzt noch gar nicht kam. Das ist der Anfangsbereich, nicht? Okay, da ist ein Wurm. Habe ich das Gefühl? Ist das gemein. Da ist er. Oh, da guck mal, du bist denn wirklich süß. Heftig. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube, ich sollte nochmal da runtergehen. Ich hatte so das kurze Gefühl, dass es vielleicht doch günstig ist, wenn ich einfach da oben bleibe. Er kriegt zu sehr auf den Sack. Ich bin noch in der Luft. Hallo. Ja, da haben wir. Tut mir leid, aber ich brauche leider deine Muni. Das ist doch noch einer. Ich erkenne doch Gefahr, wenn ich sie rieche. Da. in den Rücken geschissen. Yes. Geil. Schön in den Nacken gekackt. Tut mir leid. Ja. Komme ich da jetzt wieder hoch, oder was? Ah, da kann ich abkürzen. Alter, schön hinten rangezogen und dann die doppelte Ladung Blei in den Nacken. Oh, das wäre super gewesen, hätte das funktioniert. Aber es wird noch. Passt auf. Zack. Ha. Zack. Easy. Easy. Und die hier ist du dich und die und die So Leute, wir sind wieder in einem großen 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 Ort gelandet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Höllen-Formation, Himmels-Formation, kirchenähnliches Gebäude von irgendwas. Aber eins weiß ich ganz genau, egal wo man zwischen Himmel, Hölle und Erden wandelt. Es gibt überall Munition, da unten. Schrotflintenmunition, das ist das Wichtigste, damit wir uns halt immer wehren können. Man weiß nie, wann einfach mal so ein kleiner Imp vorbeikommt und der gehört natürlich vernichtet. So, das nächste Mal geht es wieder weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. War ein heftiger Partner. Hoffentlich wird es noch heftiger.